Nummer 2 Antifaltenmaske Diese Maske pflegt intensiv mit Q10 und Chaluronsäure, antioxidativ wirkende Powerformel, straffend und glättend, das ist für anspruchsvolle Haut. Glättend bei der Antifaltenmaske für straffere Gesichtszüge Die wirksame Pflegemaske für anspruchsvolle Haut mit Soforteffekt für schnelle, belebende Feuchigkeit und eine Faltentiefen reduzierende Wirkung bereits nach einer Stunde. Die Formel hilft dabei, den Sachen der Haut eindringend gegenzuwirken und freie Radikale zu reduzieren. Die Haut wird bei regelmäßiger Anwendung straffer und glatter. Natürliche Lipide aus der Passionsblume und der Schernuss verleihen ein Gefühl von geschmeidiger und gepflegter Haut. Die Maske mit Vitamin E hat radikalfangende Eigenschaften und unterstützt somit den Schutz der Haut vor UV-bedingten Umwelteinflüssen. Anwendung Nach der Reinigung groß, süßig und gleichmäßig auf das Gesicht auftragen, Augen- und Mundpartia sparen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, Risse der Maske mit einem weichen Kosmetiktuch entfernen, nicht abwaschen, mehrmals wöchentlich anwenden. Hautverträglichkeit Dermatologisch bestätigt Hinweise Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht zur Pflege von Kindern verwenden. Dermatologisch bestätigt Dermatologisch bestätigt Läden Dermatologisch bestätigt Viele Dermatologische Dermatologische